Musik 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 Alter, meine Helga heißt gar nicht Helga, wa? Wie denn dann? Axel, immer noch. Na, w-wieso heißt sie denn? Na, wenn deine Helga Axel heißt, dann ist sie doch nicht Helga. Doch, es ist so eine Fette hier, aber... Okay, fein. Oh, wir sind ja schon in der Aufnahme. Echt jetzt? Ja? Da hab ich jetzt aber genutzt, ey. Ja, Leute! Wie ihr schon gehört habt, ich spiel nicht alleine! Ja! Mit dem Spiel, ach, Razor Track! Und mit dem Linkert-Puro. Boah, ey, hat er super geklappt, ey, ohne üben, hast du gemerkt? Voll geil. Okay, ähm, heute ohne Fouler, weil bei dem funktioniert irgendwie nicht und der ist generell scheiße. Also zocken wir halt nur zu zweit. Der generell scheiße. Ja, naja, der ist ja nicht so gut. Obwohl... Hätte ich mir nicht gesagt, jetzt. Also erstellen Sie eine Gruppe. Wir haben alles Neues rausgefunden. Razor Tracks Lieblingsmodus. Nein! Doch, der ist voll geil. Das ist doch gar nicht. Müssen wir echt. Eine Runde, komm. Eine Runde. Eine Runde. Komm. Wir müssen ja auch ein bisschen was... Das ist eine Mischung aus allem, das ist kacke. Das ist voll geil. Nee, wir müssen das Spiel ja insgesamt zeigen. Wir können ja nicht nur einzelne Teile, das wäre ja scheiße. Das verstehst du auch meine Lage, oder? Aber ich glaube, die Zuschauer verstehen mich schon. Die Zuschauer sind immer auf meiner Seite. Ja, irgendwie, da spielen nicht allzu viele. Darum baut das immer so lange, bis der hier was gefunden hat. Oh, jetzt! Immer die gleiche Map schon wieder. Das ist immer dieselbe Karte. Gibt's da eh. Aber egal. Ich will rapen, ist ja trotzdem richtig hart. Aber du schreibst schon wieder, was? Ich will grad schreiben, was ready. Mal fucker. Aber ich spiele mit Snoppen34 und MMS. Also das ist Deathsnatch, Blitz. Also Deathsnatch, Blitz und Capture the Hammer. Also Presslufthammer zusammen. Aber ohne Gewinnung. Ohne Gewinnung. Was ist das ja eigentlich? Für eine Konsolen hier? Warte, wir werden mal schnell gucken. Okay, ich hab die Spritze im Arsch. Ich war geil, ey. Ey, jetzt kann ich das nicht mehr nehmen. Boah, das spielt sich voll komisch. Oh, der hat gerade rumgeleckt hier. Boah, der hat eine geile Ping. Ey, die da nehmen schon hier die Punkte ein, ey. Ich hab geträumt. Nein, der Ende will schon so an seinem komischen Hammer. Ey, scheiße, wir sind... Ich hab gar nicht auf die Post, ey. Alter, wie? Mann, das ist kacke. Nichts, dass sie den Assist gekriegt. Oh, das ist doch scheiße. Die machen uns voll fertig hier. Oh, ab! Komische Nutte, ey. Bin tot. Weg. Ja, sieht super aus. Einmal so viele Punkte wie hier. Wir können schon mal die Punkte wie hier. Wir können schon mal die Punkte wie hier. Okay, jetzt, pass auf. Jetzt machen wir sie fertig. Ich glaube, wie so die alle mal so lila blinken. Ja, weil die da ihre komischen Punkte eingeladen haben. Wie verreckt sofort. Nein! Jetzt überlebt. Komm, wir zurück. Ja, super. Genau. So sieht das gut aus. Ich hab'n Kill seit langem. Hier. Doch so jeder. Oh, das ist doch. Das ist die Possibility. Das ist nicht die Possibility. Es ist voll scheiße hier. Ah. Wenn ich auch hier ausfüllen. In Englisch, die so ist nein. Nein. Nein, die holen an unseren Hammer. Ey, die holen mal auch mit unserem Hammer. war ich hasse den Modus ich weiß ich habe ich hatte den Modus so schlimm außer wenn wir da wir gewinnen und weil wir zwei andere Übungen ihre drin haben ja und spielte nämlich ja und so zwei andere und wenn wir mitspielen ist es mindestens ein okay kann man sagen wir haben jetzt hier trotz Frech wo er den Punkt über der war so jetzt kommen wir ab die Brunner das Ding aber gar nicht in den Geheimdiensten ich kenne ich kenne den Geheimdien Ost Nr. das ist doch auch gegen den Diensten und hat er dann läuft doch unser hier Töte den Mann was machen wir unsere Leute die Bekämpfung hier und sein Sporn oder was Natürlich. Bam! Hure. Ich hab Ablinkung gekriegt. Yeah, nochmal erwischt. Ja, ist ja Janusz können. Hol mal. Hol mal unseren Hammer hier. Ich kann nur noch dreimal schlagen. Was machen die denn hier, die bekämpfen bei uns den Spawn? Alter, du bist ja die Frau jetzt, oder was? Hey, Alter. Gott, ist die Scheiße. Also hässlich. Weiß. Ey, die Hunde... Das ist so schön, wenn die Frau mit Glatze. Ich kippe immer, aber so richtig. So, komm, Paul, jetzt los mal los und hol mal den Gegner. Töte mal den Gegner mit dem Hammer. Scheiße, ich bin gleich tot. Nein, verschwindet. Komm her. Hure! Nein! Ja, jetzt. Ich kann nicht mehr schlagen. Ich kann nicht mehr schlagen. Er liegt neben. Ah! Ich kann nicht mehr schlagen. Ihr müsst mir helfen. Ich kann... Ich bin... Schutzlos. Ah! Vor allem, du kannst den Hammer nicht irgendwie abgeben oder so. Ey, ich hör mich selber. Mama tut aus. Ich brauch Leben hier. Nein! Immer alle von mir. Komm schon, ey, hol doch immer den Hammer und sein... unseren Hammer. Ah, da ist der Gegner. Wuh! Ich hoffe, einfach mal im Kreis. Dann kriegt der mich nicht. Weißt du? Nein! Nein, 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 nein! Nein! Alter, ich würde... Ich bin mir... Der Hammer ist untergefallen. Der Hammer ist runtergefallen. Der Hammer ist untergefallen. Der Hammer ist untergefallen. Macht was! Ich bin zweiter. Boah, Anna, ey. Ey, wir sind... Prozent Kuhl ich würde so scheiße sind war ein zwei gegen vier was ist das sie in der Nähe des Kappels ja sehr nie mehr skeptisch als der Hammer das ist mehr klar wenn wir zu zweit spielen das ist das für die Scheiße oder die sich der Auslösung wenn wir mal auf der drittmatt ab drittmatt ab doch wo bist du ich bin gerade gestorben ich lieg da verkohlt auf dem Boden wirst du komm her komm her wie ich aussehe alter ii jemals Licht boah ii bleibt mal stehen bleibt mal stehen das hat man nicht so ist voll ekelhaft komm jetzt da ist da ist Leben ey das ist doch unfair ey was sind das für Behinderte die uns einfach hier mitten im Match einfach so abholen ist alle die spiele tut man das kann nicht sein aber ich find's weder ekel alter e hier da kommt drei Leute an so viel haben wir nicht mal ich bleib jetzt einfach hier stehen vor allem guck mal wir haben trotzdem noch tausend vier BAM boah ey hab ihn erwischt ich hör mich schon wieder selber hast du Ton an oder hörst du es wieder nicht über deine Kopfhörer was bei dem Ton was bei den Ingame Sound durch die Macht ich hab mich dann selber Oh ich hab'n Kill gemacht wie mache ich davor macht ihr immer aus Expressen ich bin neutral aktiviert ja das ist doch echt unfair oder oder so ein bisschen komm ich greifen wir zusammen an hier Mensch holen sie jetzt hier den Kontrollpunkt Punkt und dann geht's los ja komm jetzt her öp ich brauch Leben ich brauch Leben ich verbrenne oh nein ich wollte ne Granate werfen ach komm ey wie war das jetzt hier ja super ey komm das ist doch scheiße hier ey wir sind nur 2 gegen 4 ey willst du denn das schaffen ja fühlt sich jetzt ganz toll oder was ach komm wir gehen raus hier das ist scheiße ja vor allem 2 gegen 4 ey das ist doch nicht fair so starten ach es ist immer nur nur ein Turnierspiel alter ok das ist ja mal richtig behindert ey wie ich wollte gerade nochmal neu halt nochmal suchen ja und da sagt er mir ja es kann immer nur ich muss warten bis das äh Turnierspiel zu Ende ist ist ja scheiße das ist doch voll kacke wenn das immer nur ein Spiel ist ey das ist ja wirklich nur 8 Leute dann spielen ja echt was ich meine die haben da eigentlich schon gewonnen ich meine sind doch keiner mehr im gegnerischen Team ja aber ja stimmt trotzdem weiter hä aber kurz jetzt kann ich das wieso kann ich das nicht machen wir sind doch immer im Turnier drinne wirklich oder ach darum ne es gibt nicht nur ein Turnier sondern ich will da nicht mehr rein ich will da nicht mehr rein geh noch mal raus hier warte ich geh noch mal rein sie haben kurz mehr das Spiel verlassen wenn wir da jetzt starten mache Fehler starten ja bei mir auch Fehler ok gut Leute dann würde ich sagen machen wir hier einen kurzen Cut beenden das Spiel starten es nochmal neu und wenn es dann nicht geht dann bleibt es bei einer Folge ok falls wir uns nicht mehr wieder hören würde ich sagen haut rein Leute ciao ciao